hallo und herzlich willkommen zu einem ersten server video vom neuen dragodia server was jetzt noch nicht so gut eingestellt ist also es fehlen noch viele plugins und so weiter aber wir können schon mal spiele drauf lassen und es gibt gute neuigkeiten ich habe ein paar plugins also ich habe ein plugins gekauft und ein paar plugins einfach so wo ich kenne rein getan also man kann zum beispiel in eine andere welt gehen das mache ich mal kurz man muss zuerst muss man zuerst den namen eingeben ich glaube man muss zuerst die welt eingeben und dann sollte man eigentlich wenn man die rechte hat natürlich schon mal gehen können ich werde wahrscheinlich die leute dorthin teleportieren die können dann so einen wegpunkt machen mit einem datapack geht aber scheinbar noch nicht oder man muss wirklich trage wasser zuerst ich kenne es nicht mehr so ähm ja zuerst trage wasser mache ich doch mal kurz wieso wieso gehst du nicht ich habe doch die welt jetzt gerade vorher gemacht ja weltfarm ja jetzt geht's okay wir haben eine schöne welt die kann man plündern und die andere joe zuerst mal sage ich ja ich möchte gerne leute auf den servo lassen die ich schon ein bisschen kenne dass entweder kommentare geschrieben haben oder live streamen wenn sie gerne mitmachen wollen ähm müssen nicht unbedingt oder sie immer auch nur freunde oder so aber bitte einfach die in ruhe lassen die live streamen oder videos machen genau also machen wir mal was bauen hier so und beginnen schon mal ein bisschen mit survival jo ich werde vor allem auf twitch.tv.dragobasel online sein am live streamen und ich habe ein paar kollegen schon die mitmachen können bei einem ist der pc kaputt gegangen beim leon und da müssen wir einfach noch kurz warten bis er kommt und der kann mir wahrscheinlich jetzt momentan noch ein paar kollegen sind die mitmachen können bei einem ist der pc kaputt gegangen beim leon und da müssen wir einfach noch kurz warten bis er kommt und der kann mir wahrscheinlich jetzt momentan noch am am besten helfen ich bin halt einer der wirklich nur nebenbei so selber macht also ich kenne mich nicht so aus mit diesen permissions permissions x wo man einfach den leuten sagen kann ja du kannst teleportieren du kannst welchen aufmachen oder du kannst dort bauen wo die anderen geschützt haben und so weiter so sachen und ich habe es jetzt einfach noch nicht installiert das sind manche sachen einfach nicht funktionabel aber ich kann jetzt gleich mal kurz schauen ob das mit dem home geht weil es sollte eigentlich das gleiche sein einfach als datapack aber es kann sein dass es nicht richtig funktioniert und vielleicht nicht durch welten durch teleportiert in andere welten das geht irgendwie nicht das kann ich mal eingeben muss um set also datapack sind eigentlich geladen und da muss man noch kurz was muss man eingeben restart nein reload restart okay jetzt gut sehr gut sollte aber jetzt eigentlich gehen hä wie funktioniert dieses teil ja eben wenn man halt nicht so viele server macht beziehungsweise immer derjenige ist der profitiert davon also die live streamer hat dann weiss man das nicht so richtig wenn man es selber machen muss datapacks vanilla tweaks teleportation wahrscheinlich homes trigger home set oh trigger set home trigger set home set boah ist das kompliziert trigger set home kann man da noch etwas eingeben zum beispiel farm nicht set home set hier jo kann man nicht mehr machen also ist das also ist einfach home und da gibt es noch tpa das ist zum anderen spieler zu finden äh zu antwort schicken damit sie annehmen können dann teleurierst du dich dorthin und back ist einfach zurück zu spawns und so also funktion homes konfig unbekannte funktion also noch geht das nicht so wie ich eigentlich wollte weil es gibt immer so diese standard plugins wo man einfach ja diese sachen hatte ok function spawn config trigger spawn to world spawn point wenn ich jetzt hier zur normalen welt komme dann ist gut was ist doch spawn ja ja irgendwie funkt das nicht so richtig wie man jetzt einfach erwartet oder aber unser ziel ist es eigentlich mit so einem projekt wo wir einfach die leute zusammenbringen das ist das wichtigste oder es gibt immer grosse projekte wo grosse youtuber oder so mitmachen können oder twitch live streamer und kleinere eher nicht es funktioniert meistens nicht und das problem ist einfach dann dass man sozusagen jo einfach als kleiner streamer einfach nichts machen kann es fehlt an leuten und ähm an lust und so weiter und da ich jetzt momentan also eigentlich schon immer ich bin ja schon seit ganz am anfang von minecraft ähm und dem am längsten auf den servern geblieben vor allem auf rollenspielservern sehr oft dass ich da einfach mal etwas leite wo halt die leute dranbleiben können auch wenn sie gerade keinen bock haben oder so sie werden den server wahrscheinlich nicht verlieren der wird nicht offline gehen wenn es alles gut läuft wenn es wirklich unrentabel bleibt dann muss es leider so sein oder aber ähm es kann jeder auch finanzieren dass es so bleibt oder ich würde jedem das gönnen und ähm jo einfach angenehm bleiben oder wenn ihr auf den server wollt bitte euch an die regeln halten nicht zum beispiel sachen abbauen in der normalen welt was rings um euch rum ist bei den base und basen und so dafür habt ihr ja diese farmwelt und die anderen spieler wollen ja auch irgendwo wohnen können wo nicht alles abgebaut ist und so ist halt ein game wo man halt alles machen könnte aber das muss man ein bisschen eingrenzen sonst müssen wir andere welten machen die dann auch abgeschirmt sind von anderen spielern die zum beispiel neu sind oder sich nicht verhalten können und das macht einfach minecraft immer so schwierig zusammen zu spielen immer lange dran zu bleiben aber es gibt eben so viele leute die wirklich toll spielen können und so weiter ja deshalb jo geht das schon ähm dass alle motiviert bleiben und sich verhalten können so ich muss jetzt einfach noch wissen ich habe nämlich MCMO drin das muss man für 20 euro kaufen aber irgendwie funktioniert es noch nicht ihr dürft mir gerne helfen gell ich bin eben noch ein bisschen Laie ich habe schon lange nicht mehr ans server selber geleitet dann können die kollegen die das für mich gemacht haben also die köpfe gehen im single player dort habe ich es richtig installiert das geht ähm auf dem server könnte irgendwas falsch sein ich sehe jetzt gerade nichts äh ich drücke mich doch ein bisschen da ein bisschen durch ähm muss noch kurz schauen der richtige server rausfinden so also die world hat die databags drin hier ja aber mcmmo ist ein plugin stimmt muss ich kurz rum zurück dann plugins mcmmo ist drin der ding ist auch an word blacklist könnte das sein dass das irgendwie für eine blacklist ist nein ist nichts drin ok ich verstehe mcmmo noch nicht so vielleicht muss man einfach werkzeuge benutzen so aber sollte eigentlich auch mit dem hüpfen und so gehen mit dem rennen vielleicht also dann machen wir doch mal kurz einfach ein bisschen schon mal den start jo so so und zwar probiere ich jetzt mal so sachen ich wollte noch ähm diesen einen physics mod kaufen aber ich weiss jetzt nicht gerade wo man das machen muss und wie das funktioniert oder wenn man hier bei mod drin die mods runterlädt bei beffer habe ich das gefühl wenn ich es kaufe ist es dann bei curseforge und dann muss ich das plugin noch äh der mod nochmal runterladen das ist ein schocker scharf cool also ich muss mich mal ein bisschen buddeln bisschen konzentrieren natürlich nicht nur sachen denken und aussprechen oder im hintergrund machen sondern auch mal das spiel spielen ich finde das so cool so ist vielleicht noch ein bisschen leise ich kann noch ein bisschen lauter machen ja es ist leise irgendwie so irgendwie ist diese version die äh neueste version ein bisschen leiser geworden ok so ein bisschen zu laut habe ich das Gefühl sachen immer anzustellen nervt ein bisschen so bekomme ich ihn ja oben steht es jetzt geil ok es ist drin und es wurde neu aufgeregt das heißt manche Vizi wie der Balken auch oben sind neu die hatte ich damals nicht doppelt drops ok geil also es könnte oder es ist es immer doppelt drop ich hoffe nicht das wäre zu OP aber ist richtig geil so sachen gehen und hier sind auch mehr infos ist das wegen pfeffer ich glaube das ist eher wegen pfeffer könnte aber auch MCMO sein denke schon dass das MCMO ist das kenne ich sonst nicht so also was machen wir mal ich könnte eigentlich jetzt noch mal Stein abbauen und ne ja Steinachst machen Mining Level 2 dann ok der Balken für Level 2 also bis Level 2 jo so Infos sind richtig cool das ist genau das was ich brauche oder ein bisschen mehr Rollenspiel ins Spiel bringen also ich muss ja noch die Spitzhacke machen ähm gleich mal hier etwas Sticks so Spitzhacke genau und dann Schwert am besten so dann würde ich nochmals mehr Stein technischer Fortschritt natürlich ja das ist glaube ich nur die Steinspitzhacke Spitzhacke äh ja eine beste Spitzhacke könnte ich auch eine Gold Spitzhacke machen wenn ich irgendwo Gold finden würde könnte sein ich höre irgendwas ok also Level 1 geht recht schnell aber Level 2 bei der Spitzhacke ging irgendwie ein bisschen langsam ist aber auch gut so damit man nicht so mega gelevelt wird ich finde das richtig toll also es wurde schon viel besser damals hatte ich so Level 400 nach einem Tag erreicht ja ist natürlich nicht gerade so äh spannend oder weil man sich relativ schnell hochleveln kann und dann irgendwelche Hilfe von anderen Spielen dann nicht mehr braucht aber ja es ist ja Minecraft oder und ist es ja relativ langs äh also schnell schon nicht langsam sondern schnell so finden wir ein bisschen Eisen direkt also ich mache jetzt einfach manchmal ein bisschen Gameplay Videos damit ihr ein bisschen den Server den Fortschritt seht stelle vor allem die anderen Spieler vor und so weiter und alles was man so Minecraft machen muss auch das Architekt sein das möchte ich sein weil ich ein bisschen erfahrener bin beim Bauen und ich kenne ein paar Kollegen die einfach keine Ahnung haben vom Bauen oder nicht wollen nicht kreativ sind ähm da einfach Hilfe haben und andere dürfen gerne irgendwas jo farmen dann oder damit ich zum Beispiel bauen kann dann könnten wir so Zivilisation machen auf einer Welt und so weiter jo jo wir brauchen viel Holz weil wir können ein Ding haben jo ich muss mal Eisen können finden also Wutkarten Wut ist ein bisschen schneller kann das sein ich glaube das Abbauen ist gerade ein bisschen schneller geworden als die ersten Holzblöcke gerade super ich finde es cool also jo eben ich möchte es nicht haben dass es zu OP ist vielleicht müssen wir das noch einstehen aber auch nicht zu wenig OP vielleicht könnte man Sachen auch ein bisschen verändern irgendwie aber jo die Leute sollen Spaß haben nenne ich eine mega Herausforderung ich finde andere Survive Games dann manchmal ein bisschen zu heftigst von der Herausforderung ständig irgendwelche neue Tools zu machen da ist Minecraft wirklich chillig und mit so eben Plugins und Datapacks natürlich noch mehr dürft ihr gerne selber helfen entwickeln ähm ok ein kleiner Sohn also wir gehen irgendwo in eine Höhle wenn es einer auf dieser Insel gibt und ja ich kann die Farmer jetzt sonst neu generieren lassen wenn ihr nicht Spaß habt so also 3 Schokoschafe WTF sind doch selten also nicht so selten wie die Pinken aber dennoch selten also wo sind die Mangroben ok ich hab Mangroben ich bin glücklich ich ja ich mach im Livestream einfach ein Mangroben Bauwerke ne ne natürlich nicht hab ich den Zucker ja sicher nicht holen jo was gibt es sonst noch zu wissen also eben seid ein bisschen aktiv zeigt mir eure Anerkennung für solche Projekte und ihr dürft auf den Server kommen ich will natürlich nicht jeden reinlassen weil es kann einfach mal ein Griefer kommen oder einer der hackt oder so und allen ist der Spaß einfach verdorben möchte einfach auf Nummer sicher gehen ich will euch nicht irgendwelche irgendwie ausschliessen oder einfach gemein sein dass ihr nicht sofort schönen könnt ähm es geht einfach darum dass ich noch nicht so den Server schützen kann ich hab noch eigentlich keine Helfer die wirklich aktiv helfen oder beziehungsweise einfach noch nicht können weil sie es noch nicht wissen wie und was sie machen müssen und meistens dann auch nicht so machen gerne das ist das Hauptproblem also es jo es ist halt eine Arbeit in einem schönen Spiel also es sollte halt schon ein bisschen gearbeitet werden oh schon 4 Level 4 geil ja dann schau ich dass ich morgen irgendwann dann anfange zu Livestream wird wahrscheinlich so 1,2 sein dann und ja könnte vielleicht auch später sein stimmt bin noch ein bisschen unterwegs einkaufen und so möchte auch mal wieder ein bisschen länger schlafen zum morgen ähm ja es ist halt einfach noch Freitag und nicht Wochenende und ich bin eigentlich immer so um 6 Uhr wach gewesen durch die Woche aber ja den letzten Werktag möchte ich immer ein bisschen länger schlafen und ja vielleicht kommen dann ein paar Leute direkt vielleicht kommen auch wegen dem Video hier Leute einfach schreiben gell und ja muss dann noch schauen wegen einem Discord selber am besten wo sie uns natürlich auch noch beständigen können gut dann mache ich doch mal so einfach mal ja das Video fertig äh wenn es Fragen gibt einfach in die Kommentare schreiben gell und ich freue mich auf jeden Fall auf ein paar Freiwillige die Spass haben wollen die Freude haben und eventuell eben auch Livestream oder Let's Playen können würde ich mich freuen eben einfach damit natürlich die selber auch so bleiben können sonst haben sie eventuell zu wenig Spieler oder ja sind nicht lange online weil es dann einfach irgendwie allen dann langweilig wird oder so ein bisschen Freude ja ein bisschen Frieden Freude Eierkuchen und Spass haben gut Schlamm ich hab Schlamm oh ja jetzt kann ich dieses genau Exequation heißt es okay Hudeln hehehehe so ich liebe Schlamm schön also was haben wir sonst noch ist das jetzt wirklich nur eine Insel nein das ist jetzt keine Insel also es geht hier noch weiter aber schön Südsee das sind irgendwelche Gegner glaube ich also mal ein Grobenholz haben wir schon im Singleplayer haben wir das noch nicht ich habe ja noch ein Singleplayer Projekt das ein bisschen Vanilla ist also schon ein paar Mods drin aber hauptsächlich nur Vanilla und das andere Projekt macht gerade Pause Pango Buzz ist eines für Minecolonies Dimensional Adventure und auch sehr toll nur eben dort bin ich jetzt momentan am Pause machen dass es nicht zu viel Minecraft ist und dass ich einfach noch warten muss bis ein paar Blöcke eingebaut wurden die mich hin um ein Dorf zu bauen mit Minecolonies aber gut so ich werde wahrscheinlich jetzt noch diesen Basic Mod ähm kaufen damit ihr noch ein bisschen schönere Sachen Effekte und so seht und ja Inventar ist voll ich werde irgendwo mich niederlassen und dort Kisten machen ja super dann Dankeschön und oh man sieht sich vielleicht wenn ihr wollt tschüss w 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